einen wunderschönen willkommen zu einer weiteren runde willkommen zu Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper wieder mal vorweg beim letzten mal haben wir begonnen beim letzten durchlauf ich glaube es war Folge 1 bis 5 für YouTube und ich habe hier ein Speicherproblem das haben auch scheinbar mehrere und dementsprechend werden wir uns Safe Games bedienen ich habe eine Quelle ausfindig gemacht die Safe Games funktionieren und einen Namen die Thunder genau ich habe die Quelle ausgemacht die Safe Games funktionieren soweit es ist ein bisschen schwierig die die Ordnung festzustellen ich dachte die geht nach Namen ist er aber nicht wir haben beim letzten Mal die Leiche glaube ich von von einer Mrs Chapman gefunden das ist die Szene hier und die Szene ist diejenigen die in der wir aufgehört haben wir sind angekommen Holmes hat sich in sein Zimmer zurückgezogen das ist das hier und hier machen wir weiter das heißt ich werde natürlich zwischendurch versuchen zu speichern logischerweise weil es manchmal sehr schwierig ist wie gesagt herauszufinden welches dieser ganzen Safe Games das richtige ist weil gefühlt hat das keine Anordnung und keine Reihenfolge und ich hoffe mal das liegt nur an den Safe Games von 1 bis 9 also wir sind bei der 9 das wäre theoretisch 9 die ist aber wenn man zählt 1 2 3 4 ja wie auch immer sei es drum wir werden also uns ein bisschen ausprobieren müssen wenn was passiert ich glaube sterben weiß ich nicht wir werden sehen wir machen jetzt weiter und gucken wir mal da drüben haben wir was was haben wir hier hier haben wir nichts aus der Tür da drüben haben wir den Speer und hier haben wir unser Zimmer Watson hat umgeräumt extra mildes Shampoo schick schick aber hier ist nichts weiter los ist das seine Frau ne bestimmt nicht achso seine zukünftige oder ist er schon verheiratet aber hier ist nichts los ok dann werden wir mal irgendwas nö das haben wir alles holmes holmes sind sie da schlafen sie ich denke nach Wurzeln haben sie jemals wieder vor diese vier Wände zu verlassen wenn sie sich weiterhin so abschotten sehe ich mich gezwungen meine Schreibarbeit über ihre Abenteuer einzustellen und stattdessen eine Abhandlung über die faszinierende Farbgebung dieser verschlossenen Tür zu verfassen sehr gut Wurzeln hören sie endlich auf mich zu ignorieren haben sie nicht gesagt dass wir uns mit dem Fall dieses Wahnsinnigen beschäftigen müssen mich kann man auch in den Wahnsinn treiben Holmes ich werde Mrs. Hudson auftragen ihnen kein Essen mehr zu bringen ich werde Stroh und Lampenöl herbeischaffen und sie wie einen Fuchs ausräuchern und wenn sie dann immer noch nicht herauskommen werde ich wie sie meinen Watson Holmes sie bringen mich an den Rand der Verzweiflung da hat sich aber jemand eingeigelt oder na gut so was haben wir denn noch ah warte mal wir haben eine Flasche jetzt will ich mal kurz gucken das war die Tablette genau die wir bei der Annie Chapman gefunden haben in der Dose oder in der Hand irgendwie so in die Träne so ok ja was habe ich hier Holmes hat den zerbrochenen Glasbehälter von Finlay's Mieter untersucht ich frage mich um welche Substanz es sich hier handelt ich kann den Geruch nicht zuordnen Formalin Watson der Glasbehälter enthielt Formalin interessant nicht wahr seit Tagen warte ich selbst auf die kleinste Neuigkeit die etwas Licht in diese Angelegenheit bringen könnte vergeblich nichts weder von der Presse noch von der Polizei vielleicht hält Inspektor Aberline Informationen zurück ohne sich ihrer Wichtigkeit bewusst zu sein was ich durchaus für möglich halte es wird Zeit dass sie der Polizeistation in Whitechapel wieder einen Besuch abstatten Watson und haben sie nicht gesagt dass sie dort etwas zu erledigen hätten nutzen sie die Gelegenheit und bringen sie mehr über die Pille und ihre Inhaltsstoffe in Erfahrung aber Holmes es ist schon spät und eine weitere Nacht in diesem Viertel entspricht nicht ganz meiner Vorstellung eines unterhaltsamen Feierabends ich weiß Doktor aber wir haben keine andere Wahl die Zeit läuft gegen uns nehmen sie ihre Pistole mit für den Fall dass es ungemütlich wird bitte was wie sie meinen soll ich wirklich es gibt keinen Grund dort hinzugehen ah nee das war das eine Mordopfer hier ne genau so zur Polizeistation warte mal wir hatten noch was ich muss mal überlegen wir hatten noch die Moment mal haben wir die hier irgendwo da die Riemen sind ja paar Tage vergangen vielleicht sind ja die Riemen fertig ha 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 hi ich kann mich gerade konnte ich mich nicht bewegen äh bist du schon fertig mit deinem Riemen guten Abend Mr. Solomonovic guten Abend Doktor ich freue mich sie wieder zu sehen sind sie soweit mit den Ledergurten ja gerade eben fertig geworden wegen der ganzen Aufregung hat es etwas länger gedauert ach kein Problem ok Aufregung ich will gar nicht daran denken vor drei Tagen an dem Abend genau haben hunderte Menschen hier in der Gegend Jagd auf einen Mann gemacht sie haben behauptet er würde hinter den Morden der letzten Tage stecken ok es war schlimm ich hoffe diese Wahnsinnigen haben ihn nicht erwischt dann doch lieber die Polizei mhm Pizza hier oder Paisa sagen sie hat sich John Paisa der Polizei gestellt die Sache hat ein gutes Ende genommen ach gut werfen sie einen Blick in die Zeitung in die Daily News von heute ok immerhin leben sie wohl Isaac auf Wiedersehen Doktor genau die braucht man nämlich für ein Tauschgeschäft für den Arzt damit wir den Gehstock bekommen den wir ja für den Jungen in dem Bordell brauchen so was haben wir hier wir haben ein bisschen was zu lesen fangen wir wieder an Daily News vereintigt das Königreich die Whitechapel-Morde es gibt genug Gründe warum die Öffentlichkeit davon überzeugt ist dass es sich bei dem Whitechapel-Mörder um einen Wahnsinnigen handeln muss ganz unabhängig von dem in Untersuchungshaft sitzenden Verdächtigen allerdings mehren sich in Whitechapel die Stimmen derer die eine andere Theorie für wahrscheinlich erhalten von wenigen Fällen abgesehen in denen der Mörder um seine Sicherheit besorgt war entsprechen die Verstümmelung wie bereits erwähnt keinem für England typischen Schema aus diesem Grund vertreten immer mehr Menschen die Ansicht dass diese unfassbaren Gräueltaten einen missratenden verarmten Ausländer aus dem lasterhaftesten Molochen Europas zuzuschreiben sind so munkelt man in Whitechapel von bösen Vorboten ausländischer Machenschaften in die hier lebende Einwanderer verwickelt sein sollen die abwegigsten Gerüchte kursieren in diesem Viertel und schüren in zunehmender Maße Hass gegen die jüdische Gemeinde der sich im East End in einem noch schlimmeren Hetze zu entladen droht als im Ausland schlimm genug seine Intoleranz gegenüber den jüdischen Mitbürgern zu zeigen die Mitglieder der jüdischen Gemeinde als ungläubige halsabschneiderische Hunde zu bezeichnen und auf ihren Judenrock zu spucken sie jedoch Lederschürze zu nennen und damit auf die Bereitschaft eine Frau zu ermorden anzuspielen ist der Gipfel bis gestern war zu befürchten dass die antisemitischen Tendenzen gegen die jüdischen Mitbürger von Whitechapel überhand nehmen könnten da der Mangel an handfesten Indizien zu den Mordfällen die Spekulation anheizten glücklicherweise musste die Polizei den gewahrsam genommenen Juden aufgrund entlastender Beweislage freien Fuß setzen und konnte dadurch allen Gerüchten entgegenwirken dieser glimpfliche ausgang lässt die Menschen den schlimmen Fehler der Polizei und die Tatsache dass der Whitechapel Mörder nach wie vor freiem Fuß ist vielleicht für eine Weile vergessen Paisa so der Name des Verhafteten ein Jude polnischer Herkunft hatte allein in seinem Haus gesessen weder panisch noch blutdürstig wie es die mysteriösen Lederschürze nachgesagt wird angeblich sei er ein armer von Krankheit gezeichneter Mann und entspreche keinesfalls dem Bild des so dringlich gesuchten Mörders nicht etwa die Polizei sondern Journalisten fanden heraus dass er sein Haus seit Donnerstag nicht mehr verlassen hatte dennoch hatte Paisas kurze Inhaftierung vielleicht sein Gutes falls dadurch den antisemitischen Tendenzen der Wind aus den Segeln genommen werden konnte gestern erfolgte die gerichtsmedizinische Untersuchung der Leiche von Annie Chapman brachte jedoch keine neuen Erkenntnisse in Bezug auf die Identität des Mörders die Ermittlungen im Mordfall Annie Chapman in Whitechapel resultierten gestern in die Festnahme zwei Verdächtiger bei diesen Männern hatte das sich um den erwähnten Paisa der nahe dem Tatort festgenommen wurde und einen gewissen Pigot der in Gravesend gefasst wurde Paisa wurde ja bereits letzten Abend wieder auf freien Fuß gesetzt während Pigot weiterhin aufgrund psychischer Labilität unter Beobachtung stehen und hier steht irgendwas mit einen 10 Stunden während des Dingsbums okay so wir haben wir können jetzt zum Arzt wir gehen auch zum Arzt der ist ja gleich doch der ist gleich übergegenüber ne ach die Blumenfrau eine andere Blumenfrau Boot und Schuhs da war das na Champagne altes Haus da ist der Doktor der Doktor von aus dem Schwarzwald ne ne hier aus der Schweiz guten Abend Dr. Gibbons Dr. Watson haben Sie noch den G-Stock von dem wir neulich gesprochen haben ich wollte ihn eigentlich morgen verkaufen weil ich nichts mehr von Ihnen gehört habe ein bisschen dauert das hier sind die Gurte hier sind Ihre Ledergurte Doktor ich würde sagen eine ausgesprochen gute Qualität die Gurte entsprechen auf jeden Fall dem Wert dieses G-Stocks hier er gehört Ihnen danke haben Sie hier im Hospital Formalin nein da bin ich mir sicher Formalin wird in Universitätskliniken verwendet um anatomische Präparate in Glasbehälter zu konservieren aber in einem kleinen Hospital wie diesem hier wird nichts aufbewahrt es bleiben nur die schlechten Erinnerungen äh du hast recht eigentlich ist es bitter es ist sehr schade und traurig dass Sie fast identische Charaktermodelle unterschiedlich weiterverwendet haben also Sie waren ja nicht immer stringent äh bei Lestrade das finde ich richtig verwerflich und bei unserem netten ähm na sag schon äh Buchbinder hier äh Büchereimann hier ihr wisst schon da ist es ja auch komplett entgegengesetzt und jetzt finden wir den auch wieder auf der Gosse und alle Museumsdirektoren sind jetzt auf einmal in der Gosse vom letzten Teil und überhaupt also das finde ich nicht in Ordnung und der ehemalige rechte Handpizzerarchitekt der ist jetzt äh äh der G-Stockbesitzer der im Modell sitzt äh genau also dann auf Wiedersehen Doktor auf Wiedersehen Doktor Watson bei Hauptcharakteren ich muss zu Madame Bella dürfte das echt nicht passieren aber leider ist das passiert so wir haben den Stock und wir können jetzt das mache ich mal jetzt äh weil ich ich finde die Dame sonst gar nicht da na nein ich will nicht aufdringlich erscheinen nein wollen wir natürlich nicht ne wenn du es dir leisten kannst musst du dich nicht hinten anstellen wobei es von hinten auch nicht schlecht ist oh mein Gott der Spruch wird nicht besser je öfter man den hört ähm nein ich will nicht aufdringlich erscheinen hehehe hehehe ah ne falsche Tür die da da wo das rote Licht ist so wo ist er denn der nette Herr ich hab den Stock oh warum ich dir ne Waffe äh guten Abend Ma'am ähm die Tür war offen ist das nicht etwas gefährlich guten Abend Doktor keine Sorge sollte jemand reinkommen der mir nicht gefällt kann ich ihn mit meiner Pistole sicher davon überzeugen zu gehen aha kannten sie zufällig Annie Chapman die unglückselige Frau die vor drei Tagen ermordet wurde Dark Annie wie alle Straßenmädchen dieser Gegend habe ich sie vielleicht ein oder zweimal gesehen man soll ja nicht schlecht über die Toten reden aber sie war nicht gerade eine Schönheit was wollen wir damit sagen in unserem Gewerbe ziehen die jungen hübschen Mädchen schon los bevor es überhaupt dunkel geworden ist und haben keine Schwierigkeiten sofort Kundschaft zu kriegen aber bedauernswerte Mädchen wie Annie oder Polly Nichols die müssen bis ins dunkle warten ja viele von ihnen haben auch noch schlimme Krankheiten manchmal stehen sie die ganze Nacht in der Kälte und im Regen bevor sie einen Kunden finden was sie auch nicht attraktiver macht etwas anderes bleibt ihnen kaum übrig wenn sie sich zumindest für ein paar Stunden ein Dach über dem Kopf ein Glas Gin oder ein warmes Essen leisten wollen das ist wirklich tragisch das ist der Preis den man zahlen muss wenn man in Whitechapel überleben will Schätzchen eines meiner Mädchen kannte Annie eine Zeit lang ich glaube sie haben mal bei einem Händler Schmuck gekauft Schmuck wie konnte sich Annie Chapman so etwas leisten was eine Frau als Luxus betrachtet hängt immer von ihrer sozialen Stellung ab Doktor das waren nur billige Klunker ich glaube sie hat sich drei zusammengehörende Ringe aus Kupfer gekauft man sagt mir nach ich hätte ein gutes Gedächtnis für Schmuck blinke 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 deswegen reibt sie sich gleich die Hände für das gute Gedächtnis es braucht manchmal ein bisschen Ölung ein paar Schillinge sind super dagegen wie geht es los ihr geht es gut Doktor aber glauben sie mir das wird nicht lange so bleiben nur wenige Mädchen können sich in diesem Gewerbe auf Dauer ihren Lebensunterhalt verdienen dann will ich sie nicht länger von der Arbeit Arbeit bis bald mein Schätzchen ähm ja so wirst du denn eigentlich Mr. Geestock hier was hier raus nein hier raus so das heißt für mich ich komm hier nicht weiter ach Champagne bei wieder er ist so ein Paradebeispiel für eigentlich einer der mehr oder weniger Hauptcharaktere zumindest in dem Spiel war er enthalten sprechender und ein begleitender Charakter der hat uns ja von A nach B geführt und auch sie du bist doch hier oben irgendwo in dem Gebäude ich will ich will nicht ich will nicht nein natürlich nicht da hinten ist doch mal Champagne wer singt denn hier wo ist der Champagne hin hier war doch eben noch Champagne ersetzen ersetzen sich die die Charaktermodelle wenn man nicht hinguckt und dann kommen andere hin damit es den Anschein hat als würde sich die Welt ändern der war doch eben auch noch nicht da ach du armer Architekt ein Seemann auf Landurlaub für die Planken oh guten Abend ich hoffe ich störe nicht das Lupin gut Doktor dieser Herr Mr. Richardson ist ein Zeuge des schrecklichen Vorfalls in der Hanbury Street 29 dem Mord an Annie Chapman wir erörtern ob seine Aussage für den Fall eine Relevanz hat okay eine Relevanz Scotty testet gerade den Transporter ein bisschen achso wegen dem Beam ja ja wegen den Charakteren äh hier macht einen Staps ausgegeben und dann ist er weg ich denke das sowas immer Seemann auf Landurlaub lässt weil wenn das Schiff dann so schwankt lernt man irgendwie den Gang dass man auf den schwankenden Pack Boden eben halt vom Schiff laufen kann und wenn du dann an Land bist dann fehlt dir das Schwanken du musst aber weiterhin schwanken ich finde das immer schön so Zeugenaussage auch wenn die Vorschriften es ihnen wahrscheinlich nicht gestatten so würde ich dennoch gerne mehr über die Relevanz der Zeugenaussage dieses jungen Mannes wissen oh das unterliegt keiner Geheimhaltung es ist nur die Tatzeit in der Aussage von Mr. Richardson stimmt nicht mit der Uhrzeit überein die der Gerichtsmediziner Dr. Phillips als Todeszeitpunkt geschätzt hat welchen Todeszeitpunkt vermutet der Gerichtsmediziner vor vier Uhr dreißig am Morgen okay das passt ja eigentlich ich glaube das hatten wir auch geschätzt ich bin zu dem gleichen Schluss gekommen liegen weitere Zeugenaussagen vor nun ja zwei andere Zeugen haben im Zuge unserer eingeleiteten Ermittlungen eine Aussage gemacht aber auch in diesen beiden Fällen waren die Uhrzeiten widersprüchlich wissen sie noch was sie gesagt haben ich habe sie nicht selbst befragt einer meiner Kollegen hat ihre Aussagen zu Protokoll gebracht und war der Meinung dass sie uns nicht weiterhelfen würden er hat die Protokolle zerrissen und in den Papierkorb geworfen wir kommen nicht weiter wenn wir uns mit unnützen Papierkram aufhalten ja ich will die Zettel sehen ich verabschiede mich Humphreys auf Wiedersehen Doktor ich will die Zettel sehen mein Gott Lupin darf ich mich vorstellen mein Name ist Dr. Watson ich bin sind Sie nicht der Typ der diese Detektivgeschichten für die Zeitung schreibt ja in der Tat meine Geschichten werden im Strand veröffentlicht ich werde verrückt wenn ich das meiner Mutter erzähle wie es scheint gibt es nach ihrer Zeugenaussage Gesprächsbedarf können Sie mir verraten worum es geht ach die meinen dass ich da was mit der Uhrzeit durcheinander gebracht habe aber da täuschen die sich ich weiß was ich in dieser Nacht gesehen und was ich nicht gesehen habe können Sie mir sagen was Sie zu welcher Zeit gesehen oder nicht gesehen haben das verrate ich Ihnen gerne der Garten in dem die Leiche gefunden wurde gehört zu dem Haus in dem meine Mutter wohnt sie hat unten rechts im Treppenhaus ihren Laden es ist noch nicht lange her da war die Tür zum Treppenhaus kaputt wissen Sie da ist oft ziemlich viel los vor allem was das die so viel erzählen werbe betrifft konzentrieren als das ganze passiert ist wollte ich nachsehen ob die Tür wieder in Ordnung gebracht worden ist es war viertel vor fünf als ich dort angekommen bin das schwöre ich beim Leben meiner werten Frau Mutter ich habe nachgeschaut ob sich jemand am Weinkeller zu schaffen gemacht hat war aber nicht der Fall danach habe ich mich auf der Treppe im Hof ausgeruht weil meine Schuhe so gedrückt haben ich habe unterhalb der Treppe nichts gesehen Doktor überhaupt nichts wäre da eine blutüberströmte Lady gelegen dann frage ich mich wie es sein kann dass ich sie nicht gesehen habe auch wenn es Nacht war ja genau fünf Minuten nachdem ich bei Haus Nummer 29 eingetroffen war musste ich mich um meine Schuhe kümmern und jetzt behaupten die doch glatt dass ich entweder nicht mehr weiß wie spät es war oder dass ich meine Schuhe neben einer frischen Leiche in Ordnung gebracht habe war's das? schönen Abend noch Gentlemen und tschüss und tschüss ähm der hat aber auch auch geredet ohne Punkt und Komma oder? so wo ist der Papierkorb? hier wurde doch irgendwas im Papierkorb geschmissen oder hier? diese Polizeistation erinnert an einen Waschsalon skandalös hier hier oh die zerrissenen Protokolle von den Zeugen Aussagen ich kann versuchen sie wieder zusammenzufügen warte mal da war aber noch was was achso das gehört zusammen oh nee doch nicht ähm April 1886 mit vorgehaltener Waffe vom White Plume Mountain Inn auch bekannt als die Kojak Affäre an ihr Kajak 5 Jahre Dartmoor Benjamin Benny der gelehrte Faggot 46 Houndstitch Fälschung von Bankberichten Verwendung gefälschter Berichtemissbrauch von Anlagefonds geschädigter Royal Bank of London 8 Jahre Dartmoor Jakob Levy 30 Oldgate Fleischdiebstahl geschädigter Hyman Stamson Metzger in der Goldston Street 58 Whitechapel 20 Monate Essex County Anstalt Ron Obvious das ist aber sehr sehr Obvious 26 Wohnort Unbekannt Landstreicherei Veruntreuung sexuelle Nötigung Schändung eines religiösen Gebäudes geschädigter Vorstand Chichester Cathedral City of London Anstalt unbestimmte Aufenthaltsdauer James Langfu der klingt aber sehr 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 Bericht über Festnahmen von vor einigen Jahren Ja Mal kurz die Brille putzen So Warte auf Also dieser Roy Obvious der ist glaube ich sehr sehr Die zerrissenen Ja 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 Alles gut So Das ist irgendwo hier Mal gucken Es schnappert wieder Es schnappert Ich mag ja wenn es schnappert Es schnappert aber global Also nicht an der richtigen Position aber es schnappert so einermaßen So was zum Beispiel schnappert So Und das schnappert Wenn wir uns erstmal auf die Ecken konzentrieren Ich denke mal das wird so eine Ecke sein Mal schauen Oh da sind zwei Ecken so Okay Obwohl hier ist doch eine andere Ecke Ach nee es sind ja zwei unterschiedliche Zettel Zeugen Aussage von Along So Da haben wir noch was mit Kambodscha hier Das gehört hier hin Dann gehört das hier drüben hin So Ich pack das erstmal so hin Das passt dahin Ob das dahin gehört wissen wir ja noch nicht Das passt super hier an der Ecke So Das ist auf alle Fälle hier schon mal richtig Das wird irgendwas hier sein und das ist was hier ist und das gehört hier hin Sehr schön So Das ist recht recht übersichtlich einfach hier Äh 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 Doch hier Uh Da 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 haben wir schon fertig Das haben wir jetzt fertig Und Numero Latzda So Das war's Holmes hätte es nicht besser machen können Genau Ja Es sind unterschiedliche Dokumente wie es scheint Ja Mats Warum haben wir eigentlich bloß eine Zeugenaussage und die andere ist weggeschmissen worden Interessant Zeugenaussage von E. Long Am Morgen der Tat verließ die Zeugin ihre Wohnung in der Church Street um ca. 5 Uhr und machte sich auf den Weg zum Spitalfields Market Um ungefähr 5.30 bux sie in die Hanbury Street ein Die Zeugin ist sich bezüglich der Uhrzeit sicher, weil sie angibt beim Abbiegen in die Straße gehört zu haben wie die Uhr der Black Eagle Brewery in der Brick Lane zur halben Stunde schlug Vor der Hanbury Street 29 sah sie wie sich ein Mann und eine Frau unterhielten Es sollte erwähnt werden dass die Zeugin die Leiche von Anne Chapman in der Leichenhandler als die eben erwähnte Frau identifiziert hat Wir hatten sie um diese Identifizierung gebeten Die Zeugin beschrieb den Mann den sie mit den Opfern gesehen hatte wie folgt Alter mindestens 40 Größe etwas größer als die Frau mit der er sich unterhielt ca. 5 Zoll 3 Fuß ne 5 Fuß 3 Zoll so rum Kleidung brauner Daystalker Hut abgenutztes Jackett besondere Merkmale dunkles Haar und dunkler Schnurrbart dunkler Teint sah aus wie ein Einwanderer Die Zeugin sah den Mann nur von hinten und konnte ihn nicht wiedererkennen oder identifizieren Der Ausdruck Einwanderer wird oft für Menschen jüdischen Glaubens verwendet Watson Aber hier fehlt hier fehlt ein hier fehlt ein eine Zeugenaussage Wo ist die andere Zeugenaussage Ich hätte gerne die andere Zeugenaussage Watson Das dauert aber mit der Zeugenaussage Der Zeuge ist wohnhaft in Hanbury Street 27 dem Nachbargebäude von Nummer 29 Die beiden Hinterhöfe werden von einem hohen und dünnen Holzzaun getrennt Am Morgen der Tat stand der Zeuge um 5.15 Uhr auf und begab sich in den Garten wo sich die Latrine befindet Zu diesem Zeitpunkt war es 5.20 Uhr Auf seinem Weg zurück ins Haus hörte der Zeuge Stimmen auf der anderen Seite des Zauns im Garten von Haus Nummer 29 Er verstand einzig das Wort Nein Er begab sich wieder in das Haus kehrte jedoch nach ca. 4 Minuten wieder zurück in den Garten Zu dem Zeitpunkt hörte er ein Geräusch so als ob etwas gegen den Zaun gefallen wäre Danach machte er sich auf den Weg zur Arbeit Als er an der Spitalfields Church vorbeiging war es ca. 5.32 Uhr Die würden sich ja beide decken die Zeiten Richtig 5.30 Uhr hat sie die Reden hören und sehen und 5.32 Uhr Danach ging er schon zur Arbeit Also es könnte theoretisch passen Theoretisch Okay Ich hab's Äh Haben wir noch was? Ja Doktor Und wie schreiten die Ermittlungen zu den 2 jüngsten Morden voran? Jeder hier in der Gegend glaubt dass beide Morde von ein und derselben Person verübt wurden Aber niemand in der Bucks Row und Hanbury Street hat etwas gehört oder gesehen Die Frage ist dass man wirklich dieselbe Person ist Ach übrigens haben Sie schon einmal von einem gewissen Dr. Tumble T gehört? Äh Nein Ist es wichtig? Ja Nein Vielleicht Genau genommen bin ich mir nicht sicher Ich habe von diesem Mann und seinen häufigen nächtlichen Ausflügen gehört Außerdem verhält er sich etwas merkwürdig Wie sieht dieser Bursche aus Doktor? Und wo finden wir ihn? Das letzte was ich über ihn gehört habe war dass er sich in Finleys Pension eingemietet hat Finley ist der Mann der vor einigen Tagen nach mir gefragt hat Es würde uns enorm weiterhelfen wenn Sie Finley fragen könnten wie dieser merkwürdige Kerl aussieht Anschließend können wir überprüfen ob die Beschreibung zu einer Zeugenaussage passt Ja Ich verabschiede mich Humphreys Auf Wiedersehen Doktor Okay Ähm Das heißt Warte mal Oh der ist neu Dessen Bruder ist da drüben mit dem gleich Die tragen sogar die Hemden die Dentsche Das ist so klasse Nein Ich will nicht aufdringen Du bist doch umgebracht worden Oh Warum geht der eigentlich hier hinten lang Warum geht der eigentlich hier hinten lang Warum macht das so komische Räusche hier Sagen Sie Sie sollten langsam nach Hause gehen Sir Okay Hier riecht es stark nach Gas Scheint aus dem leer stehenden Gebäude zu kommen Aber warum Hier riecht es stark nach Gas Scheint aus dem leer stehenden Gebäude zu kommen Oh oh Ich ahne Schlimmes Guten Abend Wie geht es Ihnen Oh Guten Abend Doktor So lala Und Ihnen Ich glaube Hier riecht es nach Gas Kann man so sagen Doktor Ich will nicht schlecht über die Polizei reden Aber ich frage mich Ob sie irgendetwas im Schilde führt Worauf wollen Sie hinaus Nun ja Als ich gestern Abend draußen war Ist in meiner Wohnung Das Licht ausgegangen Und aus Richtung Des leer stehenden Gebäudes Meine Wohnung liegt genau gegenüber Hat es nach Gas gerochen Schon eine Minute später Ist die Polizei gekommen Und hat hier herumgeschnüffelt Als hätten Sie Das Gasleck verursacht Das ist aber seltsam Eine Minute später Schon die Polizei da Ohne gerufen zu werden Hat sich Ihre Skepsis Gegenüber Ihrem merkwürdigen Mieter Mittlerweile gelegt Lassen wir das Thema Lieber Doktor Dieser Kerl ist wirklich Eigenartig Sobald es dunkel wird Macht er sich auf In die heruntergekommensten Winkel des Viertels Vor drei Tagen Hat mir meine Frau erzählt Dass er mit Blutverschmierter Kleidung Und angsteinflößendem Gesichtsausdruck Zurückgekommen sei Hm Interessant Wie sieht er aus Und wie alt ist er? Oh Er dürfte ungefähr In meinem Alter sein Also jenseits der 50 Was? Er ist immer Auffallend gekleidet Und trägt einen amerikanischen Hut Er ist groß Etwa 5 Fuß 11 Zoll Würde ich sagen Er hat eine komische Stimme Und damit meine ich Nicht nur seinen Akzent Sondern auch seine Stimme 5 Fuß 11 Zoll Ebenfalls Doktor Das ist groß So Auf zur Polizeistation Was ist da oben los? Was ist da oben los? Ja